Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es ist wieder Sonntag und wir haben ja da Clubtreffen. Ja, heute ist die Alina mit dabei, die Pila und die Keka natürlich. Ja, das ist jetzt eigentlich, wie wir unsere Pferde mal wieder gucken. Hm. Also, mein Ernst, das ist doch kein Benign. Das, ehrlich gesagt, habe ich aber... Also. Also, ich finde es toll, wenn wir jetzt beginnen. Ich hatte eigentlich für heute vorgesehen, wir können so eine Art Wettbewerb machen. Oh ja, das geht übrigens. Ja, wegen Alina, der hat schon ausgelevelt, also Pony. Ähm. Ich habe gedacht, wir können so ein Wettbewerb machen. Wir haben so eine beschränkte Zeit. Zeit, um... Ähm. Also, da kann man so dann z.B. 20 Minuten... Ja. Oh. Das ist dumm. Hm. Das ist in der Tat dumm. Ja, wenn man jeden Tag wieder rennen macht, das ist doch irgendwie... Ich weiß auch nicht. Also, dann klappt das wohl irgendwie nicht. Oh. Naja, wenn hier gar nicht eine Idee hat, ist sie eigentlich auch ganz gut, ne? Das ist nicht gesagt, wie wir wollen mal hinbekommen. Egal. Also, das ist die Apfelglocke, Fluffy... ...und Blumenspässe und Kranbrun. Hallo, Champion. Also, da kann man so z.B. doch Jo begreifen. Schreibe mit nur, wenn jemand da ist am Tag. Chat. Ja, hallo, ihr dürft uns uns anschließen. Wir machen eine Toto auf Jobe, oder weiß der Kuckuck, was man da halt schreibt. Ja. Okay. Nee, nee, nee. Also, da ganz Jo begrabe ich, ist auch nicht gemeint. Wir können das einfach hier nach Moorland, dann so, so, weiß der Kuckuckuck hin. Lass mal so, so, ja, was auch nicht. Also, wir machen so noch das. Aber ich seh ein bisschen komisch aus mit ohne Milch, aber das sieht so wie eine Asiaten aus. Oder auch wie das. Nee. Jetzt sind Kuckuckuck, soll ein Nen-Design? Oh, ich hab die jetzt noch nie in meinem Leben gesehen. Aber ja. Weiß nicht, wie ist hier die Kuckuckuck an? Das ist jetzt nicht so. Nein. Na. Ich hab jetzt auch fast auf Flammen. Was ist denn mit der Trennung angestellt? Und da auch erst die Tinder. Die hat ja gar keine Trang mehr an. Okay. Gut, das ist gut. Die Sitzung, komm, guck, haben die kein Zeugs an. Egal. Ja, können wir ja jetzt müssen schneller machen. Weil, ich meine, hier steht ja so gut wie niemand. Ähm, naja. Okay, machen wir den Traber, ist für mich auch gut, ne? Die müssen einfach aufschließen, das ist alles. Okay. Ich hab Vorschläge, ein- und jetzt nur noch nach Mäulein zu kommen. Und wo würde ich hin? Doch, Mäulein. Mäulein ist Pind. Dann danach Pind da. Und Pind da irgendwie da rüber. Dann nach Silverglit, dann da rauf, dann da wieder runter, dann hier und was auch nicht. Irgendwie dann wieder zurückkommt. So, ich habe gedacht, ähm, Mäulein. Ja, weinig. Okay. Ja, das hat sie wirklich schneller. Also, ja. Vielleicht hab ich beim Lüten geschnallt. Ja, nee, ich bin jetzt nicht schneller. Ja, zum Kuckuck soll es sagen. So macht man das eben nicht. Okay, die Alina sagt jetzt, oh mein Gott, das ist das, wie er mich drin hat. Verbrüffende Endigkeit. Verbrüffende Endigkeit. Alina, ich glaube, ich glaube, ihr Alina schreibt gerade, so wie es aussieht. Und wer zum Kuckuck soll Conny sein? Ja, okay. Ich denke, es ist nicht viel Conny. Ja, okay. Ja, okay. Wo geht das lang? Ach ja, genau. Ach, die Printer. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Wir haben uns jetzt im Kuckuck. Ja. 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 Ähm. Ja. Geheiß nur noch mal. Christine. Christine, oder? Ja. 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 Ich hoffe, ich hoffe, ich werde gewinnen. Ja. Okay. Also. Fortpenta. Hier, hier müssen wir hin. Okay. Hier ist ein Fortpenta. Das ist meine Güte. Hast du ja nicht zugehört, wieder? Drei. Zwei. Keine Frischtad. Keine Ruhe. Mein Gott. Wollen die anderen nicht stehen, oder was? Mein Gott, die anderen gehen den Weg? Ich glaub's ja nicht. Oder doch nicht. Ich muss nur kurz probieren. Oh. Keine Frischtad. Tatsächlich funktioniert. Oh, die sind aber viel. Oh, das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Die haben nicht das Problem, Papa. Das ist unfair. Na ja. Ich meine Tegern einfach so schummeln. Das ist unfair. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Okay, das ist einfach Peter. Jetzt, jetzt essen wir die Lädes. Okay, jetzt essen wir die Lädes dann. Wir haben da einfach weg. Wieso nicht? Ich will das jetzt auch machen. Wieso nicht? Okay. Also. Ist an nicht los. Und den hat ja keiner gesagt, dass man es nicht vorgezeigt ist. Okay, egal. Das ist aber unfair. Die hat ein ganzes Renat für drei ich nicht. Hm. Was ist gut? Drei. Okay, jetzt die zwei und dann die eins. Und dann das los. Zwei. Eins los. Okay. Oh mein Gott, die krasse Tiger ist runtergefallen. Oh mein Gott. Lust. Wirklich lust. Okay. All. Das ist eine Art O.L. Einfach auch Zubpferd. Ein O.L. Das muss es sein. Haben die Allianer ganz müß. Die hat ein ganzes Zubpferd. Naja. Das ist nicht zu öffnen Wellen. Das haben wir gedacht. Aber egal. Ich dachte, da gibt es jetzt keine Abkürzung, aber egal. Gehen wir da in die... Oh mein Gott, ich störe es. Ich störe es. Ich störe. Oh mein Gott, ich bin zu los. Ich bin zu los von diesem Moment drin. Jetzt muss ich wieder gucken. Es klingt jetzt nicht her, die Felsen rauf zu reinen. Weil der Kuckuck gestern passiert. Oh mein Gott, ich habe es gewusst. Ich werde... Ich werde... Ich werde so krass verlieren. Ich sage... Ich werde so krass verlieren. Ich bin ein Leben. Oh mein Gott, voll die Schwende. Wie das flinkt. Oh mein Gott, ich kann sie noch... Ah, ich kann es. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Oh mein Gott, ich kann es nicht. Ich kann sie aber nicht. Wenn sie dumm genug ist, kann ich sie noch einbauen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie dumm ist. So ist das... Dass sie so krass... So knapp krass verlieren werde. Oh mein Gott, ich glaube sie. Okay, sie ist tatsächlich nicht dumm. So ist es, wo ich sie sehe. Hier sind so 100 kleine Länge vor mir. Das betraut sich sehr, sehr, sehr. Zweite. Was machen die da? Okay, die waren wohl hier. Oder was? Was dabei? Aha. Schade, Schade, Schade. Schokolade. Oh, die ist ja gar nicht mehr hier. Okay, egal. Was haben wir gesagt? Wer zuerst hat das SSR? Ich werde so lust wie er verliert. Man muss hier alles durch und durch bis zu... Moment. ich muss mich orientieren ich muss dann hier drüber irgendwo hier die drücke sein ja hier oben ist die Brücke da muss ich hier puerof wassosasen ich muss auch wassasen werden sie weiß ich nicht mal wo es damit ist als mit Die wird auch noch nicht wahr. leute geht es ok 2 ich habe ich habe es gewusst ich werde versagen mein Gott die Haarfein ist ja voll langsam mein Pony ist Level 3 gerade mal Level 3 könnt ihr euch das vorstellen? oh mein Gott ich glaube es nicht ich glaube irgendetwas verstand ja tatsächlich nicht aber egal ich war es tatsächlich nicht was? oh ist es sehr lang? oder warum habe ich es nicht gewusst? Herr Elf ist bestimmt hier nicht. Irgendwie müsste der Seh nicht hier sein, der müsste auf der anderen Seite sein da ist auch mehr genug. Wie kurz zum Kuckuck soll man hier denn wieder hochkucken? also bitte. Ja meine Güte, geht das denn noch besser? Ach gut, ja ok. Ok, ich habe gesagt, wir werden so los verlieren. Ich habe gesagt, ok. Da heißt nicht, dass ich denke, ich werde gut sein, ich werde los sein. Ich werde so krass verlieren. Ok, wenn ich jetzt diese kurze Abkürzung nehme, das würde gut sein. Oh mein Gott. Hier müssen wir diesen großen Fest, den ich muss ausbrechen, aber ich kann auch sagen, wir werden audikal. Wenn wir das jetzt gut meistern, was ich nicht so glaube, können wir es noch schaffen. Ich denke, wir werden es nicht mehr schaffen, aber egal. Ich bin ja sowieso, ähm, naja, nicht so gut, wenn man es genau nennt. Was hier denn passt, oder was auch immer das sein soll. Ich weiß nicht, wo man hier raufkommt. Wir werden es nicht. Wir werden es nicht. Wir werden es nicht. Da kann man hier wieder runter irgendwo. War doch noch toll, ne? Ich finde es toll. Wir werden es nicht. Diese gebiert nummer. Oh mein Gott. Weil wir können ernst Opfer wählen. Okay, volle Pulle. Auf dem Round. plummet. So nie. Das ist so ein krasster Abkürzung. Aber das ist schwierig. Krass aber schwierig. ich glaube ich bin ich weiß nicht wie weit Alina von ist manchmal nicht wie Alina in der Tat ja ja mein Gott wir können es noch schaffen ich habe ich besucht Och das ist jetzt aber schade Ok schade schade Schokolade Ok ich muss dann auch mal den Ja muss ich ja auch noch sein Ach ja hier unten ist sie da Ich habe es gerade so geteckt Wo ist diese dumme Taschein wenn sie zu ihr hin Dabei stehen sie doch in meiner Nase Wo sind die? Ach hier unten stehen sie Ob Alina da ist denn? Natürlich ist Alina da Ups Ok Und jetzt wir wer 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 oh mein Gott wenn ich dieses ran verliere also ja wieso so ein Krokokon ist ein Alok? das ist ungeruch ok also wer erst es nicht ist hm hast du mich vielleicht auf irgendeine hinkommen? so keine Ahnung ok ja ich werde sehr lang fahrer also hier einfach mal geradeaus ok oh mein Gott ok geradeaus oh mein Gott ich bin so lust in diesem Tag ich hab zwar was was hab ich gesagt geradeaus ok wir sind jetzt tatsächlich geradeaus oh hier ist doch eine Fliege oder Flachs oder auch ich ja auch ich hab's vergessen oh mein Gott oh mein Gott was für ein Kühlschrank naja wir werden so krass verlieren ich weiß es ich weiß es ich bin zu schlau dafür nicht zu wissen dass ich nicht verliere oh mein Gott oh mein Gott stolz die ist da geht davon aus ob ich jetzt gewinne oder ob ich jetzt verliere wo ist die wo ist die ähm die Dings da die ach so hier ist sie ok hier ist aber das ist ich denke wir nehmen hier den unteren Weg das geht am Schnellsten ok also am Schnellsten ich meine ja los ich will die jungen Verkündung aufnehmen ja das lieben muss doch nicht aber oh mein Gott ich hab dann Abzweigung verpasst ok ich glaub lieber Christina wird mich jetzt ab jetzt führen ich kenne mich ja null aus also ich muss noch ein gutes fragen ok ja wir sind gerade Südwest West Süd nein Südwest sagt man gut ich hab gesagt wir wären voll ja oh mein Gott ich hab so gut wie verloren ernsthaft oh 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 mein Gott wie lust ich verliere oh Gott oh Gott es ist zu schrecklich hu zu schrecklich puh meine Güte was für ein krasses Verlierer was für ein krasses Verlieren ist das eigentlich so ich muss einfach ich 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 wie 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 lust ich verliere oh wegen diesem Auto und deshalb muss ich jetzt wieder ähm oh mein Gott wie schlecht es dem geht vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller wenn ich ihm nachhelfe ähm ähm ja okay ja und jetzt war's dann wieder mit dem Video ich hoffe unser Flughafen hat euch gefallen und wie lust ich immer verloren habe hat euch bestimmt auch ein bisschen aufgemuntert hoffe ich mal ja und ja tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal wasn't